Hallo! What up? Was up little Bruce? What up? Ähm, nur mal so, wir fangen jetzt an aufzunehmen um 1.21 Uhr. Ja! Nimmst du schon auf? Wieso wusste ich, dass das kommt? Ohne Scheiß nimmst du schon auf? Ja. Gott, ist das Hip aus, oder? Wir haben kein Essen mehr, oder? Nee, schon. Vor allem, ich mach mal Brot die ganzen Kisten auf und sag, wir haben kein Essen mehr, oder? Ich hab auch Brot in der Hand. Damit kriegt man die Kisten am besten auf. Ja, das kann man wie so'n Hebel benutzen, ne? Hm. Eine Spinne gehört, komm, wir haben jetzt Pinne. Ich geb die miese Uppercatschette. Pinne! Wo ist die Pinne? Ich wette zweiter Stock. Ja. Jo. Ja, ne, die guckt dich an. Was will die? Was für mich? Bin hier unten. Ja, ne, die guckt dich an. Ja, ne, die guckt dich an. Ja, ne, die guckt dich, äh, äh, du so nach unten. Hier so, so, so. Hm. Ey, ich versteck mich wieder. Lass mal hier zu Ende. Daher war ich kein Klopfer über. Weiß ich nicht. Komm ein mit. Kommst du? Kommst du? Ah, Kamen. Ah, Kamen, 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 Tello, Lizenz. und er wird dann auf dem schuf unten recht angezeigt Künstler und das war schon bitter vielleicht mit Briggs ne mit Ziegelstein sind Briggs mit Nether Ziegel ja ja nein Nürnchen das heißt mit Neuern die mit Ziegelstein mit Stormbriggs jahre von 264 ja nicht die hier er betreut sich reichen ich mache eben noch neue wie macht man die in Fieber also sind zu so viel halten er hat schon dann noch mal ein Boden da drauf oder ist dann die Decke hier von der Boden vom nächsten also das holz kann er an den Posten Deckel und umhören da muss man doch die also kommt jetzt hier naja ich versteck mich hier unten das ist gar nicht so schlecht also mach ich hier ein dickes Fenster hm ich gehe in meine Kummerkammer hier unten ich baue mich gleich wieder ein ich mache xxl Fenster ich habe mich eingebaut ich habe mich eingebaut jetzt helf mal ich habe mich eingebaut und wenn du runter gehst unter der Treppe bin ich ich sehe schon kommen und hockt der da so hey geh mal was zu essen come on ja guck halt nach ja ich kann auch ein Glas reinmachen damit du mich nicht sehen kannst haha ich bin so ein Tier eingesperrt komm mal drunter und guckst dir an nö doch Junge du kommst jetzt wir müssen die Zuschauer sehen mit eigenen Ohren 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 guck mal wir haben weh komm halt hoch komm halt runter 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 komm halt komm halt das muss ganz aus Glas ne es verschwindet kein Glas man doch machst du nein mach mal nein okay hier muss nur Holz hin ich bin mit zu dir warte ne komm mal machen wir zwei breit ja ja geh rein ja so ne so ne so ne Verschwendung alter ah nicht doch das freund Bitscheid oh tis tis ja genau mach mit deinem Diamantschwert kaputt du dummes Kind ja sie hat keine sie hat keine Verschwendung na und ich kann es halt na 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 ich habe kein Glas mehr 2 w 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 da soll ein Y rein da kommt jetzt ein M rein also so ein Y oder wieder ein W ein Y nein, das soll gar kein Buchstabe eigentlich darstellen ich soll das nur so irgendeine Form machen ja, da mach halt Neues da fahrm halt so da mach halt Neues und das geht dann jetzt hier gleich noch hoch deine Mama ich geb dir gleich deine Mama was wird das? warte jo lass mal so warte ich hab ne Idee ich hab ne Idee ich habe eine Idee scheiße hast du nein, nein, der muss hier aber auch noch da müsste der hier auch noch nein, so passt schon so so warte doch, dann ist es gleichmäßig dann muss ich hier noch so, da, jetzt ist es gleich musik ist es ehrlich? ja jo, hast recht ja nee, ich bin schwer das sieht irgendwie fail aus ne, passt ja zu dir also lassen wir es so okay, dann so okay, dann so ich will hier mach ich ganz, ganze Seite Fenster einfach nicht doch einfach 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 ach wir haben nur noch drei drei stand dann fahren wir im grünen 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 9 im der rät die müde schlägt nie ein der kettel mal auf die schrift im geschäft und heute ist in der schweiz freien der rät wer sich gleiche gedacht der gerät aber bei deiner freundin heute nacht der gerät um immer klingt somit 15 stück ich hab ja hab ich komm her holst du du fisch wenn ich dem endermann begegne dann rush ich zurück zum haus er wird hier mädchen du bist da wo kann ich über wo kann ich überhaupt dann verbauen werden um dann geht zur wüste nun wo ist die wüste irgendwo hinter Schneegebiet Rachen und es ich hab immer noch so gute Launen wie vorhin sieg ich gehe mal das ganze Schneegebiet jetzt erstmal durch ich hab kein Ding Joao haha voll eiskalt Genauso wie das alles über das Blatt renne. Der Gerät war bei deiner Freundin. Ich kann jetzt einfach erstmal durchs ganze Schneegebiet einmal. Wie weit ist denn der jetzt? Bereus ich nicht. Wer weiß denn? Deine Mama weiß es. Der Gerät? Eine Höhle gefunden. Der Gerät hat eine Höhle gefunden. Ich bin noch nicht der Gerät. Ich bin der Sparte. Ich werde nie müde. Ich bin immer da vor die Chef. Ich bin immer da vor die Chef. Ich werde nie müde. Ich bin nie da vor die Chef. Du bist nicht müde aber pensst einfach hinter. Ich kann das. Ich bin schwarz. Bist du? Bin ich? Er hat sich goutet. Ja, er ist wirklich schwarz. Habe ich das? Bin ich das? Wirklich? Hast du Penis? Hast du sicher? Nein, hast du nicht. Hast du sicher? Ich habe sowas du nicht. Hast du sicher? Ja, habe ich sicher. Bist du sicher? Hast du sicher? Ja. Schwörb Koran? Ja. Schwörb Bibel? Das ist doch Koran, ey. Was für die Bibel? Was für die Bibel? Schwörfener? Ja, machst du das? Ja, machst du das? Ja, ich schwöre. Ich bin mir... Ja, ich bin mir... 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 Es bin viel zu heilig, ey. Hey. Das ist übertrieben, der die Gemüse abgekackt hat. Abwärmte gehabt... Deine Mutter ist schicker als der Gerät. Das geht nicht. Der Gerät ist arme Liebe. Es so. Es so. Der Gerät ist wieder mein Lieblingsjob. Fenster Glas reintun. Wow, das macht so viel Spaß. Er macht hier erstmal Glasblöcke hin. Hier sollen noch Glasscheiben überall rein. Nicht fressen. Oh! Verbaut! Der Gerät! Ich sehe schon, der das Video wird gesperrt. Einfach nicht. Aber wenn es gesperrt wird, dann kann man es auch ganz sehen. Der Gerät hat sich das gleich vor deiner Freundin mitgebracht. Voll deiner Freundin! Genau, und da war er bei dir, weißt du? Heute Nacht. Oh, was ist mit Gerät gemacht? Der Gerät hat sich genommen heute Nacht. Der Gerät... ...habe bei dir heute Nacht. Der Gerät... ...hat's gemacht und dass du gemerkt hast, der Gerät... ...kandert... 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 ...die erste ist schon kaputche oder was? ...ja... ...die zweite aufpassen. der gerät das ist weniger als der neue Raum, der hat mehr gerät Asymmetrisch Was lauerst du für Scheiß, ey Das ist nicht symmetrisch, egal Scheiß drauf